guten morgen groß neues wir haben hier ein set 70 49 von playmobil city life zu meiner überraschung oder zu unserer überraschung ist es sehr sehr umfangreich also sind viele teile dabei sehr viele kleinteile allerdings richtig schön durchdacht muss ich mal ganz ehrlich sagen zeigt man im raum von unserem fahrzeug richtig detailreich manchmal genau die lichter drinnen wunderbar also ist sehr empfehlenswert da hat playmobil wirklich mal was richtig gutes rausgehauen wir finden das richtig cool richtig geil zum bespielen wir würden es auch weiterempfehlen und wir werden auch dazu so kleine videos drehen zum beschenken ist das allemal richtig ausreichend und auch zusammenbauen ist irgendwie macht spaß schimmelig okay wir sind soweit dass wir jetzt auch mit zu machen ja wie gesagt das ist auch fühlt sich sehr angenehm an ja und ja mit drei figuren im fahrrad muss auch richtig cool aussieht mit wie gesagt mit vielen detailreichen sachen ja dann ein daumen hoch würde ich sagen und ein geschenke empfehlung dann habt ein habt ein jahr voller erfolge bleibt gesund und froh euer merto obwohl wir hier bei playmobil sind playmobil merto alles klar abonnieren und liken nicht vergessen wir würden uns freuen und ja was auch noch was auch noch sehr schön ist die die blinklichter und so die die sind richtig schön machen wir die sirene war wenn ich recht ja ist richtig schön also empfehlung pur gibt es bei amazon und co kann man bestimmt zu richtigen zeit zum geburtstag vorbestellen einwand frei ja wie gesagt frohes neues und abonnieren und liken nicht vergessen und bis zu unserem nächsten video euer playmobil merto lego merto lego merto merto lego mein playmobil merto lego ja wir sind richtig geil reingestartet viele grüße habt euch lieb bis dahin grüße und